1 6 7 5 6 Jetzt stellen wir da, mit den Strollen stellen wir jetzt so schräg auf. Im rechten Winkel zu den. Dixen, also es gibt nichts genaueres als im rechten Winkel wie da. Verstehst? Da ist nichts mehr. Wenn ich da herfahre, da kommen sie. Da kannst du jetzt angreifen, greif anfahren, du ober deine Hand, greifst links und rechts Hand an der Ruten, verfahren zu. Na, von unten auf, angreifen. So, kannst du den Stutzerlauben abbiegen mit den Daumen, wenn du willst. Und jetzt gehen wir da so her. Jetzt schauen, was da passiert. Da hast du keine Chance zum Verhalten. Und jetzt schlagen wir das da runter zu dem Punkt. Da ist das Eck, was da jetzt frei ist, wieder mit Strahlen voll. Okay, super. Verstehst du mich? Ja, das geht das Unbegleitet, gell? Das schlag ich jetzt da runter. Die Energie. Nur die Energie. Nur die Energie, ja. So, wieder bis 8, die 8 merke ich mich selber. Ja. 20, wieder. Fünf, sechs, sieben, acht, Guck mal, schau! Schau schon, schau. Mein Gott doch, ich sag das eh, vertrag nichts mehr. Ich bin ja so eine arme Sau. Ja, das ist ja... Jetzt haben wir das Eick, was bis dahin ist. Das haben wir jetzt wieder voll. Das ist komplett voll. Da ist nix und da ist jetzt die Linie oben. Die geht jetzt seitlich vorbei. Die geht jetzt seitlich oben. Jetzt wenn ich direkt da einer baggern tut und den, weißt du, das vibrieren lässt, kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Okay. So, jetzt werden wir das schon ein bisschen aufzeichnen. Das machen wir unten da. Das ist wahrscheinlich in ein paar Jahren wird es gemacht. Das ist wurscht. Das ist komplett wurscht. Schauen wir mal nach. Ich habe erst zweimal Probleme gehabt. Da hat einer eine Rüttelplatte oben stehen lassen. Weißt du, eine Benziner Rüttelplatte? Hat es laufen lassen. Da ist mit dem Handy weggegangen und telefonieren. Genau dort, wo ich angeschlagen habe. Okay. Habe ich nicht mehr weggebracht. Habe ich nicht mehr weggebracht, ja. Dass es so was gibt, habe ich weiter oben angeschlagen. Ich habe es nicht weggebracht. Ich weiß nicht. Kasper noch an,